Heute kommt ein kleiner Ostergruß, mein Mann und meine Kinder haben sich riesig über ihre Ostersachen gefreut. Viel Spaß! Dieser Riesenschoko, den Herr Jens bekommert, legt sich darauf hinab. Ist der ein Riesenschoko-Hase? Wahnsinn, Mama, der ist ja riesig, komm mal her. Ich komme, Kinder, der sieht wirklich riesig groß aus. Schau mal, Bobby, der Schoko-Hase ist vielleicht groß, ist das nicht toll? Der Osterhase hat ja auch an mich gedacht, auch an die Mama, wie toll. Sogar unser kleiner Bobby hat was vom Osterhasen bekommen. Hier, Lukas, das ist dein Schoko-Ei, bitteschön. Hier, Holle, das ist dein Schoko-Ei, bitteschön. Ist mein Schoko-Ei, jupi, ich habe es gefunden und wenn ihr es noch nicht bemerkt habt, ich bin jetzt eine Jugendfigur geworden, größer als meine Geschwister, toll, oder? Was, wie cool, so ein Riesenschoko-Ei hatte ich noch nie, wie cool. Mal schauen, ob ich da dran komme. Mh, mh, sieht das lecker aus, das Schoko-Ei. Wahnsinn, das ist ja riesig. Lecker Schmecker. Ich fahre mein Schoko-Ei, das ich gefunden habe, mit meinem Breirad jetzt im Garten herum. Das wird cool. Jupi. Das ist ja ein mega riesengroßes Schoko-Ei, das lasse ich mir gleich vielleicht schmecken. Wie toll. Also, lade, na, ich fahre jetzt mein süßes Schoko-Ei herum, das macht Spaß. Jupi. Hallo zusammen, das war es schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, ich wünsche euch auch ganz frohe Ostern und hoffe, dass ihr viele schöne Ostergeschenke und Ostereier findet. Familie Schmuckkörbchen wünscht euch auch frohe Ostern. Wir sehen uns nächste Woche bei einem neuen Video. Tschüss. Tschüss.